Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Lego and Butter und wir sehen direkt schon Feuer. Und Feuer ist mein Element. Bedeutet es mir ziemlich, dass ich das jetzt nicht mit EINHIT-HILFE bekämen würde. Okay. Hau ab! Weil Swange und Snape sind dahinten. Das hält uns aber nicht davon ab. Aber schon als ob ich ein bisschen Feuer auffällt, ist es mein Element hier. Und wenn ich will, kann ich Feuer auch zähmen. Das haben wir ja gerade gesehen. Ja klar, jetzt hauen sie blöd sich ab, ne? Hm? Die haben Angst vor Chini. Ja? Ja? Ähm... Achso! Ähm... Warte... Warum hat sie das Ding so gemacht? Ja? Los! Los! Ich wusste doch nicht gesehen. Hm? Riss Wasser in dein Gesicht! Ja? Wasser hält dich auf. Los! Er will nur 11. Zeh ne! Wir machen das! Mit Snape ist doch noch eine andere Sache! Hu hu! Ey! Unfair! Unfair! Das war unfair! Los! 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 Ein Herz, ein Herz, ein! Verdammt, okay. Jetzt kommt's drauf an. Okay, 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 okay. Oh, da war das knapp. Hätte ich jetzt mit Hermie gespielt, wäre dann Schinli zwischen reingegangen? Oh, da war's. Snape is the Harpid Prince. Geschichte werden wir jetzt mal beenden. Hm? Hm. 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 jetzt werden wir bald auf die großen auf die sehr sehr großen herausforderungen kommen dieses erst beendet es war sehr sehr cool aber allerdings so ein bisschen schwierig gedacht manchmal ich finde es auch schon gut gemacht im hintergrund aber die zähne ein bisschen trauriger gestalten naja das ist ein lego die ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020